Leider ist es hier. Es ist 1,43 Meter groß und wir sehen, dass das Pferd ganz leicht an die Hand herangeht. Du musst die Kügel gar nicht mehr kürzer nehmen. So einen ganz tasenlosen Schritt ist es. Dieses Schau, der Tauch jetzt sieht, zeigt davon, dass das Pferd absolut im Takt ist. Gleich als die Hand gerade. Ein sehr gelegelter, rationeller Traf, der immer noch leicht zu sitzen. Es ist übrigens ein Pferd, das die Schildenleistungsmöglichung am Pferdungsverband Sachsen-Thüringen absolviert hat. Und dort, ich sehe gerade die Noten von Pferd hinter. Die Bewertung weit über den Durchschnittladen in einer Gesamtennode von 7,78, also 8 am Pferd herangeht. Die Pferd, das trotz seiner Jugend, und das sieht man jetzt oben in der Wendung, sehr schön ausbalanciert ist, sehr leicht an die Hand geht. Wenn du dann hier unten mal in der Wendung ein paar Blockdrüge zeigst, die werden wir auch schützt, vielleicht mit der Kastung sich dreifest. Oh, sehr schön. Oh, auch da. So, sehr leert ist das so. Und wir sehen, dass auch die Galoppale die Eindrucken aus der Hinterhand unter den Schwerpunkt springen. Die Eindrucken. Dankeschön. Das ist also die vierige Leidenschaft.